hallo leute hier im video 4 top location wo ihr den langschnauzenknochenhecht erwischen könnt er bevorzugt sumpfköder oder den spezial sumpfköder und im letzten video seht ihr dass er auch auf seeköder beißt also alles kein thema ich wünsche viel spaß karten sind auch natürlich viermal mit drin so Untertitelung des ZDF, 2020